Bald, bald, bald ist Buchmesse, bald, bald, bald ist Buchmesse, 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 yeah! Boah, nun krieg ich dich mal wieder ein, ist doch noch ewig hin. Gar nicht wahr, außerdem darf ich mich ja wohl freuen oder was? Im März, Mädel, wir haben Januar und außerdem, du tust ja gerade so, als wäre das besser als Weihnachten. Und ist es auch, das ist ganz toll, du verstehst das gar nicht. Da gibt es ganz viele Bücher und dann gibt es ganz viele Sachen, die mit Büchern zu tun haben und da gibt es ganz viele Schriftsteller, die vorlesen und... Nur hör aber auf! Ich kann doch nicht so oft fühlen, wenn du so ein alter Stinkstiefel bist. Pff, gut, dann mach doch, was du willst. Okay, ich mach auch, was ich will. Bye, bald, bald ist Buchmesse, bald, bald, bald ist Buchmesse, 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 yeah!